Liebe Freundinnen und Freunde der Headhats, wir sind mal wieder für euch hier am Start, heute wieder in Bamberg. Wir haben ja das letzte Mal auch in Bamberg gespielt, aber nicht in Habana diesmal, sondern wieder im Saunenarz, in unserem, ja ich würde sagen, vielleicht aus dem U27-Libniz-Club. Der Jochen ist auch schon ganz heiß. Wir haben in den letzten Wochen fleißig geprobt, haben auch eine neue Nummer, hören gerade Neil Young und sind einfach heiß auf den Ausflug heute. Wir freuen uns und hoffen, dass viele Leute kommen. Wir melden uns dann wieder, wenn wir in Bamberg sind. Bis dahin. So, wir haben jetzt einen weiteren Fußweg vor uns, da man hier in Bamberg einfach die Parkplatzsituation echt richtig beschissen ist. Zwar wunderschön Städtler, aber halt die Parkplätze können mit der Stadt leider nett mithalten. Ein schönes Bissl haben sie auch. Jochen, freust du dich? Bär. Bamberg im Anführungszeichen Sommer. Schon schön Städtler. Saunenarz passt ja richtig schön an. Wenn's jetzt auch los und Sandra, Servus Sandra. Servus. Tust du jetzt wieder so wippen? Im letzten Mal? Einfach eine neue Friese. Schöne Saunenarz. Das sind heute unsere, die Supporter heute Ruby Shop. Wir haben ihn, glaube ich, aus Baden-Württemberg. Wir sind gerade hier übrigens im sehr dunklen Backstage. Hier haben wir noch kein Video mit der Real-Pick-Von passiert. Wir haben herausgefunden, es gibt Saunenarz Energy Drink. Voll geil. Schau, Saunenarz. Wir können es leider nicht schön lesen. Nein, geht nicht. Was steht hier drauf? Bestell nicht. Weiß nicht, da kannst du es nicht bestellen. Bestellen mit extra vier, ich zitter wie ein Blödel. Jetzt mit extra wenig Schlaf. Das ist es. Saunenarz. Optimal. Ja, wir haben gerade Soundcheck gemacht. Die sind heiß. Fressalien gibt es ja auch. O-Mass. Lieben Freunde, woher kommen Sie nochmal genau aus Coburg? Glaub ich, ja. Ähm, aus Coburg. Arms Like Snakes waren auch hier. In diesem Sinne wollen wir hier mal einen Gruß los senden an Arms Like Snakes. Hoffentlich geht Baden-Württemberg wieder was zusammen. Und wir sind gerade im Playlist schreiben. Also, Gruß an Arms Like Snakes. Ein Schluck Bamberg. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020